Gestern hat bei Maischberger in der Sendung Hubert Aiwanger von den Freien Wählern das GEG-Gesetz nach Strich und Faden zerrupft. Und ich möchte euch hier die wichtigsten Kernpassagen nicht vorenthalten. Vor allem, weil ich gerade beim Ohrenarzt war und da natürlich vor allem einige Sachen rausgehört habe in der Diskussion mit Katharina Schulze von den Grünen, die mir auch nicht so ganz schlüssig wurden. Aber springen wir erstmal direkt hier ins Gespräch rein und zwar zu Minute 21.30 direkt in der Sendung, wo es um die Kosten der Energiewende geht. Vorher hat er bereits gesagt, dass er nicht glaubt, dass dieses Gesetz überhaupt in der Form durchkommt und das ganze Kartenhaus zusammenbricht. Aber hören wir mal ganz kurz rein. Ich würde jetzt mehr Geld investieren in das Sanieren durch Zuschuss und nicht künstlich die Kosten hochtreiben, indem wir jetzt diese Endzeitstimmung produzieren. Ab 1. Januar ist die Welt eine ganz andere. Kaufen die Leute jetzt noch schneller Ölheizung, eine Gasheizung, anstatt dass wir in Ruhe die Dämmung mit den Bürgern gemeinsam nach vorne bringen, das Ding auch unterstützen und nicht jetzt die Kosten treiben. Durch diese Endzeitstimmung wird die Wärmepumpe um 10.000 Euro teurer, wird die Dämmung um tausende Euro teurer. Also wir produzieren volkswirtschaftlich vermeidbare Kosten. Diese Energiewende wird am Ende zig Milliarden mehr kosten, als wenn wir sie in Ruhe mit Augenmaß abwiegen. Vollkommen richtig hier gesagt, genau wie man ja damals eben Hals über Kopf eben aus der Kernenergie raus wollte. Man hat ja damals dieses Ereignis gehabt mit Fukushima, was man dann einfach gesagt hat, okay, jetzt müssen wir Hals über Kopf ohne Plan B die Kernkraftwerke runterfahren und so weiter. Das war zugegebenermaßen noch unter Merkel und der Großen Koalition. Aber in ähnlicher Manier wird jetzt eben hier verfahren und er sagt ganz normal, klar, wenn ich jetzt das Ganze auf einige wenige Anbieter und Möglichkeiten beschränke, wie eben zum Beispiel die Wärmepumpe, dann wird was passieren? Dann werden natürlich die Kosten dessen massiv steigen und die ganzen Unternehmen reiben sich natürlich die Hände, die daran jetzt erstmal richtig viel Geld verdienen. Schauen wir mal kurz, was Katharina Schulze darauf antwortet. Klar, ich sage es über das Knie gebrochen, denn das ist ein wichtiges Argument. Und wenn man mit Heizungsbauern redet, dann können die das auch nur unterstützen. Ist dieses Gesetz einfach übers Knie gebrochen? Muss es einfach so schnell sein dann? Wir vorziehen auf 2024 ist ja in dem schrecklichen Momentum des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine geschehen, dass man gesagt hat, wir müssen schneller weg von Öl und Gas. Und das wurde ja auch mit Handwerkerinnen und Handwerkern gesprochen und mit Menschen, Unternehmen, die diese Wärmepumpen produzieren, die gesagt haben, ja, wir schaffen das schon. Und da kommt nochmal der wichtige Punkt. Es bedeutet ja nicht, dass zum 1.1. So, das ist jetzt schon mal ein sehr interessanter Punkt. Das heißt, genau wie damals der Ausstieg aus der Kernenergie, Hals über Kopf, war es jetzt also auch irgendwie, ah, wir müssen jetzt schon früher, schon 2024, als tolle Ausrede mal wieder der Ukraine-Krieg und so. Also der ist natürlich auch verantwortlich für die ganze Inflation und hat überhaupt nichts mit der EZB-Politik und so weiter zu tun. Das ist ja sowieso klar. Aber dass man jetzt hier an dieser Stelle sagt, okay, wir sind jetzt als einziges Land der Welt auf die Idee gekommen, dass wir Hals über Kopf alles irgendwie ausbrechen müssen, also runterbrechen müssen und irgendwie sofort irgendwie nur auf eine einzige Sache umstellen, hat man ja gesehen, was dann passiert, nämlich, dass es nicht ausreicht. Weswegen ja wieder neue Gaskraftwerke sogar gebaut werden. Das wusste ich gar nicht, das erfahren wir gleich noch. Sondern auch noch zusätzlich alte Kohlekraftwerke wieder aufgenommen, also in Betrieb genommen werden müssen, die viel dreckigere Energie erzeugen als eben Kernenergie und durch deren eben auch Feinstaubbelastungen und so auch mehr Menschen sterben. Ja, deswegen. Und dass man natürlich dann sagt so, ja, und die Unternehmen mit den Wärmepumpen, die haben gesagt, ach, das schaffen wir schon. Ja, oh, also die ganzen Handwerker und so, die ja das gesagt haben, das schaffen wir schon. Die will ich mal sehen. Und dass die Unternehmen das logischerweise sagen, weil sie wissen, hey, wir haben dann quasi ein Monopol, ist ja völlig logisch. Ja, also wenn jetzt mir jemand sagen würde, hey, komm, wir verbieten jetzt das Fernsehen und alle anderen Medien und nur noch YouTube, ja, und dann würde man mich fragen, hey, Kolja, könntest du dir das vorstellen? Und ich sage dann, ja, das schaffen wir schon. Dann ist es natürlich ein klitzekleiner Interessenkonflikt dabei, was wir ja auch gesehen haben. Ich meine, unter anderem hat Fiesmann ja diese Situation jetzt in perfekter Art und Weise genutzt, um eben auch den Unternehmensverkauf, gerade mit den Wärmepumpensparten, nach vorne zu bringen. Aber ich war ja, wie gesagt, beim Ohrenarzt und da habe ich jetzt eine Sache gleich noch rausgehört, wo ich so ein bisschen ins Stutzen gekommen bin. Vielleicht könnt ihr ja als kritische Community das aufklären. Und zwar hatte ich ja auch neulich ein Video gemacht, wo ich mal verglichen habe, die unterschiedlichen Entwicklungen, beispielsweise der Öl- und Gaspreise, jetzt durch eben den Anstieg der CO2-Zertifikatepreise und so und dass eben hier gewisse Zuschläge gemacht werden. Und hatte ja auch dieses Beispiel gebracht, dass es eben einige hundert Euro mehr kosten wird, aber dass es wenigstens eine Art von Kalkulationsrisik, also Sicherheit gibt, im Gegensatz zu eben dem Strompreis, der natürlich aktuell extrem hoch ist. Wir hoffen alle, dass er irgendwann mal wieder sinkt. Aber ja, Katharina Schulze hat hier angeblich Zahlen gefunden für, die ich irgendwie nicht so ganz glauben konnte. Hören wir mal kurz rein. Oder Öl oder Gas teurer werden, weil man dadurch Marktanreize probiert, sie sozusagen zu verteuern, dass die erneuerbaren Energien mehr sprießen. Das heißt, wer jetzt den Bürgerinnen und Bürgern sagt, baut weiter Öl- und Gasheizungen ein, lässt die sehenden Auges in eine Kostenfalle laufen. In eine Kostenfalle laufen, so. Und diese Kostenfalle, die wird sie jetzt gleich erklären. Und jetzt hört mal genau hin, wie hoch diese Kosten angeblich dann für die Öl- oder für die Gasheizungen sein werden. Das kann ich einfach nicht ganz glauben. Aber hört selber. Deswegen ist es doch nur klug, jetzt zu sagen, wenn du eine neue Heizung in dein neues Haus einbaust, bitte mach erneuerbar, weil es am Ende sich rechnen wird. Und weil sie die wegen den Zahlen gefragt haben, da gibt es ja unterschiedliche Berechnungen. Ich habe jetzt noch eine Zahl im Kopf, dass ich gelesen hatte, ein Einfamilienhaus wird rund 23.000 Euro dann mehr kosten im Jahr. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Also sie hatte das gelesen, als Mitglied der Bundesregierung hat sie das irgendwo gelesen. Wo hat sie das denn gelesen? Ja, ich dachte, dass man das irgendwie ein bisschen besser alles prüft, bevor man solche Gesetze macht. Aber sei es drum, ja, wir schauen jetzt einfach mal 23.000 Euro Mehrkosten pro Jahr mit einer Gasheizung statt mit einer Wärmepumpe. Ich kann das einfach nicht glauben. Und jetzt habe ich das Ganze mal gegoogelt, ja, 23.000 Euro. Vielleicht finde ich ja den Artikel, wo Katharina Schulze das gefunden und gelesen hat mit diesen Mehrkosten. Und jetzt bin ich ganz interessant auf ein paar Dinge gestoßen, nämlich hier bis zu 23.000 Euro Mehrkosten pro Jahr. Aha, da haben wir ja den Artikel vielleicht. Aber dieser ist schon etwas älter und der hat überhaupt nichts mit der Wärmepumpe oder mit irgendwelchen Gasheizungen zu tun, sondern mit dem Bauzins. Und wenn der Bauzins steigt, logischerweise, dann wird alles teurer. Nicht nur das Bauen, sondern natürlich auch die Finanzierungen und die Kredite und so. Also das kann es ja nicht gewesen sein. Und dann bin ich noch ein bisschen weiter runtergekommen. Ja, hier ging es dann wieder auch um Immobilienpreise und so. Und jetzt habe ich hier noch was anderes, nämlich Gasverbrauch im Einfamilienhaus. Und dann dachte ich mir, aha, vielleicht ist da hier das zu finden. Und habe gelesen, aha, der durchschnittliche Verbrauch eines Einfamilienhauses beträgt 23 Kilowattstunden Gas jährlich. Ja, meint sie etwa die 23.000 Kilowattstunden jährlich im Jahr? Aber das heißt ja nicht, dass das die 23.000 Euro im Jahr sind, oder? Also das sind ungefähr ja so ein Einfamilienhaus. Was haben die durchschnittlich für Gaskosten im Jahr? Das sind vielleicht hier 2.000, 3.000 Euro oder so. Aber ich kann partout nicht diese 23.000 Euro Mehrkosten pro Jahr herausfinden. Aber Katharina Schulze hat das halt irgendwo gelesen und sie wird schon wissen, was das ist. Also vielleicht liege ich hier auch komplett falsch und bin auf dem falschen Dampfer. Bitte klärt mich auf. Aber ganz interessant fand ich dann auch noch hier, was der Herr Aiwanger über die Gaskraftwerke gesagt hat. Denn das wusste ich bisher nicht. Hören wir nochmal kurz rein, ja. Wie eine Wärmepumpe, kommt natürlich auch wieder aufs Haus an. Wie ist das gedämmt, ist es mehrstöckig und so weiter und so fort. Aber was alle Experten... Ja, also was wir ja wissen über die Dämmung, dass diese erstmal natürlich sehr viel mehr kostet. Dass viele auch ältere Häuser wunderbar mit einer Öl- und einer Gasheizung funktionieren, auch noch ohne die direkte neue Dämmung. Dass es natürlich eine interessante Idee ist, was Herr Aiwanger gesagt hat. Dass man eben zum Beispiel fördert, wenn jemand sagt, ich baue von selbst aus eine moderne Heizung ein. Dass man es aber mit Zwang irgendwie versucht und dann noch die Kosten hochtreibt, ist natürlich wieder ein anderer Ansatz. Aber hören wir weiter. Was die Experten sagen ist, wenn der CO2-Preis einschlägt, dann wird eine Öl- und eine Gasheizung teurer wie eine Wärmepumpe. Andere Länder zeigen ja, wie Dänemark und Co., dass Wärmepumpen gut funktionieren und auch die Preise sozusagen senken. Okay, ich möchte immer noch den Beweis bitte haben dafür, dass eine Gasheizung 23.000 Euro mehr pro Jahr kosten wird als eine Wärmepumpe. Diesen Beweis und diese Rechnung möchte ich unbedingt mal sehen. Aber die Ampel hat ja gesagt, sie wollen dann wohl den Heizstrom deckeln. Also man durchbricht dann wieder diese Systematik. Auch der Strompreis wäre ja dann betroffen, weil er Kohle, Öl und Gas benötigt und eben nicht lauter. Aber dann sagt man politisch, aber da legen wir den Deckel drauf, dass dort nichts so wehtut. Also das ist dann eine Bevorzugung von Strom gegenüber den anderen fossilen Energieträgern. Ihr lügt euch in die eigene Tasche, wenn ihr den Leuten sagt, nur mit Windstrom wird die Wärmepumpe betrieben. Die wird auch mit fossilen Energieträgern betrieben. Wir bauen jetzt sogar 30 neue Gaskraftwerke, ist zielte Ampel, die dann in ferner Zukunft hoffentlich endlich mit grünem Wasserstoff betrieben werden. Wir bauen jetzt 30 Gaskraftwerke, die mit fossilem Erdgas den Strom für die Wärmepumpe im Winter erzeugen sollen. Dann will ich bitte auch dort die volle Kostengerechtigkeit, dann werden Sie sehen, wo Sie bei Ihren Strompreisen sind. Also nur um das mal festzuhalten, habe ich das richtig verstanden? Wir schalten perfekt funktionierende und bereits lange abgeschriebene, also quasi kostenfreie, nur in dem Unterhalt noch kostende Kernkraftwerke ab, die sauberen Strom produzieren und natürlich nichts mehr im Bau und so weiter kosten. Also Geld sparen und saubere Energie schalten wir ab und viel, viel, viel Geld jetzt investieren in neue Gaskraftwerke, wo wir fossile Energie verpulvern, um den Strom für die Wärmepumpen zu produzieren. Das machen wir. Also wir schalten zwei Vorteile ab und zwei Nachteile schalten wir an. Äußerst sinnvolle Strategie. Aber das Video ist noch nicht ganz zu Ende, Leute, weil jetzt kann es auch die Frau Maischberger kaum glauben und möchte dem Herrn Eichwanger schon so ein bisschen in die Richtung des, ja Aiwanger meine ich, in die Richtung des Kabaretts bringen, weil er nämlich angeblich ja gesagt hat, dass Folgendes passieren wird. Aber hören wir rein. Ich will es nicht spoilern. Ja, bei Ihnen, wenn ich einmal einhaken darf, Herr Eichwanger, ich weiß immer, also es gibt Sachen, die Sie sagen, die machen total Sinn und dann gibt es Sachen, die Sie sagen, wo ich nicht weiß, ob das sozusagen dann schon Kabarett ist. Sie haben einmal gesagt zum Beispiel, dass, weil man beim Strom bleibt, also wenn jetzt alle die Wärmepumpe einbauen, dann werden wir irgendwann zu wenig Strom haben, um die alle dann zu versorgen. Und dann haben Sie gesagt, dann wird Folgendes passieren. In Berlin werden die dann die Wärmepumpen, weil es ja geht, runterregeln in den Häusern. Das heißt, die werden in Berlin bestimmen, wie warm es bei mir zu Hause sein darf, weil dann der Strom nicht mehr für alle reicht. Meinen Sie das ernst? Natürlich. Naja, was heißt, meinen Sie das ernst? Das ist die eine Lösung, wenn es nicht genug Strom halt gibt und wenn die Netze überlasten. Ja, oder eben die andere Lösung, dass man sagt, okay, es gibt halt einfach manche Tageszeiten, meistens leider dann genau zu den Stoßzeiten, also morgens und abends, wenn der meiste Strom zum Beispiel zu Hause verbraucht wird, wo man dann sagt, ja, da werden wir dann halt bei Ihnen in der Region mal für eine Stunde halt abschalten müssen, damit die Netze nicht überlasten. Das kommt natürlich nicht einfach nur von Ihnen, sondern auch von den, ja, war das nicht sogar von der Bundesnetzagentur und so weiter, die das gesagt haben? Natürlich, und die Pläne sind ja da. Es wird ja ganz offen diskutiert, dass man mit Fernablesung sieht, wie warm es in deiner Heizung ist und dass die Stromversorger deinen Pufferspeicher nutzen sollen, wo es ja zunächst mal begrüßenswert ist, dass sich Überschussstrom dann nutzt. Da ziehen Sie alle lange Gesichter auf einmal. ...besitzer es hochzutreiben und dort zu sagen, jetzt haben wir zu viel Strom. Also Sie glauben, da wird jemand in Berlin sitzen und Ihre Heizung dann zentral runterregeln, weil er glaubt, er muss jetzt weniger... Am Ende wird es der Verteilnetzbetreiber tun im Auftrag des Bundes. Es ist ja jetzt das Gesetz, dass hier der Verteilnetzbetreiber am Ende abregeln muss oder soll, ohne den Bürger zu fragen. Bisher gibt es das ja nur, wenn er vorhin einem Vertrag zugesichert hat. Du darfst mir den Strom... Habe ich auch ein Video rüber gemacht, über die Rationierung. Und jetzt dürfen dann die Verteilnetzbetreiber deinen Strom zurückdrehen und sagen, der kriegt jetzt rationiert Strom, weil er sonst im Netz nicht reicht. Genau, und das ist halt eben die Konsequenz, wenn nun mal schlussendlich die Netze überlastet sind und das einfach nicht ausreicht, dann ist das einfach nur das Ergebnis dessen, dass man einfach zu viele Nachteile hintereinander installiert hat, was die Kosten angeht und was den Mangel angeht und zu viele Vorteile, die man vorher hatte, eben abgeschaltet hat. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank.